Ich lerne Deutsch. Nummer 13104 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute erkunden wir den Wald. Dabei entdecken wir eine neugierige Eule, die uns beobachtet. Heute erkunden wir den Wald. Dabei entdecken wir eine neugierige Eule, die uns beobachtet. Respektvoll sein ist die Achtung vor dem Anderen und die Achtung vor seinen Gefühlen. Respektvoll sein ist die Achtung vor dem Anderen und die Achtung vor seinen Gefühlen. Ich habe die ganze Nacht am Computer gespielt und schließlich verloren. Ich habe die ganze Nacht am Computer gespielt und schließlich verloren. Welches sind die wichtigsten Schritte bei der Entwicklung eines Konzepts? Welches sind die wichtigsten Schritte bei der Entwicklung eines Konzepts? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es im Bereich der IT-Berufe? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es im Bereich der IT-Berufe? Kaufe für eine perfekte Passform in Wanderschuhen eine etwas größere Größe als für Freizeitschuhe. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. 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 Und gib uns bitte ein programs. going und dann nicht gib uns bitte ein Vielen Dank.